Unsere Vision war, dass wir für unsere Familie wieder ein Nest bauen, wo wir uns alle wohlfühlen und jeder gerne heimkommt, nachdem wir alle in unsere verschiedenen Richtungen ausgeschwirt sind und uns da wieder treffen. Uns war einfach wichtig, dass du ein gutes Wohnklima hast und wenn du heimkommst, dass du dich richtig, richtig im Ball fühlst. Holz riecht gut, Holz fühlt sich gut an, wächst laufend im Wald nach und hat vor allem hervorragende bautechnische Eigenschaften. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Green Living, dem nachhaltigen Wohnmagazin der Salzburger G. Silvia und Richard Sandner, die wohnen hier im schönen Lungau und sie haben sich vor rund einem Jahr ihren Traum vom Eigenheim realisiert. Nachdem sie beide aus der Baubranche kommen, hatte für sie der Werkstoff Holz Priorität. Wie es sich in so einem Holzhaus lebt, wie gemütlich es ist und vor allem wie energieeffizient, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Hallo, grüß euch, vielen, vielen Dank, dass wir heute da sein dürfen. Hallo. Gönnen Lungau. Wunderschön habt ihr es. Unglaublich. Wie lange wohnst du denn jetzt schon in euch am Haus? Wir wohnen seit April 2020 im Haus und begonnen mit dem Rohbau haben wir dann im September 2019, sprich noch sieben Monate zum Einzug. Ihr kommt ja beide so ein bisschen aus der Bauecke auch und Holz war für euch ganz ganz wichtig auch. Warum? Was ist das Tolle an diesem Werkstoff? Allgemein zu Holz muss man sagen, es ist ein nachhaltiger Baustoff. Wir haben da in dem Haus fast 200 Kubikmeter Holz verbaut, sprich, wenn man das umrechnet heute in CO2-Äquivalent, was ja so modern ist, dann sind das fast 200 Tonnen CO2, die da gespeichert sind und das ist ein Aspekt, der Umweltaspekt. Das zweite ist natürlich uns ganz wichtig und eigentlich die Wohnbehaglichkeit und das gesunde Wohnen, das steht da im Vordergrund. Wir haben nicht so vielschichtige Aufbauten, wir haben biologische oder ökologische Dämmstoffe verwendet, also von der Bodenplatte bis zum Tach rauf. Wir verwenden das Massivholz auch selbst als Dämmstoff. Wir sehen einfach einen großen Vorteil, Massivholz hat eine super Speichermasse, sprich, das ist wichtig für die Temperaturstabilität eines Hauses. Auf wie viele Quadratmeter wohnen Sie jetzt da? Wir wohnen auf 75 Quadratmeter pro Geschoss, also Erdgeschoss, Obergeschoss, 150 Quadratmeter Nettofläche und dann haben wir noch das Dachgeschoss, das wir aber auch beheizt haben. Was war denn so Eure Vision für das ganze Bauprojekt? Klare Vorgaben waren klare Linien, ein bisschen ein moderner Touch und von den Raumaufteilungen, dass wir zum Beispiel einen großen offenen Wohnbereich haben mit Küche, wir haben uns schon probiert zurückzunehmen, dass man ihm möglichst viel Freiheit gibt in Florian Lüftenegger. Und das war im Gespräch dann mit ihm ganz klasse, weil wir sind gar nicht auf die Architektur eingegangen, sondern er hat eher so gefragt, was so unsere Bedürfnisse sind und eher so die persönlichen Geschichten. Das Besondere an ihrem Haus ist neben der Bauweise, die eine sehr spezielle Bauweise ist, die Lage in einem sehr gewöhnlichen Gebiet verbunden mit einer sehr speziellen und vor allem sehr reflektierten Art zu leben und auch damals, wie sie zu mir gekommen sind, mit einem sehr speziellen Wunsch leben zu wollen. Konkrete Rahmenbedingungen waren, wenn wir das so kurz zusammenfassen, für im Endeffekt wir brauchen ein Haus für unsere Familie, die aber jetzt durch das Alter der Kinder dann schon wieder pflücken werden und einen gewissen anpassbaren, übernutzbaren Wohnraum zu schaffen, in Verbindung auch mit Platz, um die Arbeit im Haus zu haben. Die Herausforderungen waren sicher einmal für die Familie Sandner einen Wohnraum zu kreieren, also ein Nest zu schaffen, in dem sie sich wirklich von ihrer Person her wohlfühlen. Und insbesondere speziell war natürlich der Hintergrund des sehr konsequenten Einsatzes dieses Brettsperrholzmaterials. Einsparen, wenn man einsparen will, das ist auch immer eine große Frage, kann man in dem Sinn, dass man den Holzbau als Holzbau leben lässt, also dass man auch Holz in seiner Haptik erlebbar macht im Raum, indem ich den Holzbau als fertige Oberfläche für einen Wohnraum nutze. Beim Holzhaus, da denken ja viele Leute daran, es muss rustikal, es muss urig sein, aber bei euch sieht man, es kann total stylisch und modern sein. Was war denn dir oder euch bei der Küchenplanung wichtig? Also wir wollten mit der Küche einen Akzent setzen, einfach Kontrast zu unseren Holzoberflächen, die wir sonst haben. Und da hat sie einfach dieses anthrazitfärbige, das haben wir gesehen und das war einfach für uns dann ganz klar, dass das in unser Haus muss. Und ein paar Details in unserer Küche sind vielleicht ganz sehenswert. Das ist einmal unser erhöhter Geschirrspüler, das war uns ganz wichtig, dass wir den dann doch vom Boden jetzt so 30, 40 cm höher stehen, einfach weil wir ja nicht jünger werden und damit das Geschirrspüler ausräumen und einräumen vielleicht dann ein bisschen lustigere Arbeit ist. Das ist eine sehr, sehr schlaue Idee. Also das ist so ein Detail, was uns ganz wichtig war. Und dann auch noch an der Bar haben wir so eine kleine versteckte Schütte uns machen lassen, eben weil man sonst in der Küche oft so Utensilien, die man oft braucht, Öl, Essig, wie auch immer, jetzt einfach da ganz nett verstecken kann und das aber doch immer alles griffbereit hat. Silvia, und ihr habt jetzt da in der Kücheninsel ein Herd, aber da hinten steht auch noch so ein kleines Schmuckstück. Was ist das genau für ein Herd? Das ist unser Holzherd, der unabhängig von unserem Heizsystem ist, mit einem kleinen Bockrohr dazu. Und das ist so diese gemütliche Komponente, wo es im Winter dann so wirklich gemütlich ist in unserer Küche, wenn es so knistert und da so das Feuer ausserblindelt. Also das ist wunderbar. Wir fühlen uns sehr wohl, es kochen alle Viere zum Teil gleichzeitig, also Mann und Kinder und ich, wir sind rund um die Insel da oft in Aktion und das macht wirklich Spaß. Also wir sind da jetzt in unserem Wohnzimmer und da haben wir unsere altgediente Couch mitgesiedelt. Und ein zweites ältere Stück noch, das ist unser Zirbentisch. Ah, der ist aber auch sehr schön. Das uns ganz wichtig war, dass wir diese zwei Teile jetzt auch in unser neues Zuhause mitnehmen und integrieren. Und ja, es war dann eigentlich von der Einrichtung so, dass wir in der Wohnung schon ziemlich ausgestattet waren. Und es dann Gott sei Dank auch aus Budgetgründen auch gar nicht möglich gewesen wäre, dass wir jetzt wirklich alles neu ausstatten und uns komplett neu einrichten. Und da, es war eigentlich auch nicht notwendig, weil wir eben ein paar so Stücke gehabt haben, die wir gesagt haben, also die müssen jetzt einfach wieder mitgesiedelt werden, auf die wollen wir nicht verzichten. Die Terrassen ist auch super schön. Was war euch denn da wichtig bei der Terrasse? Also bei der Terrasse war uns einmal wichtig, dass wir einen geschützten Bereich eben da haben, wo man eben dann auch beim schlechteren Wetter das trotzdem da nutzen kann und da draußen sein kann. Uns war wichtig diese Glasfront, dass wir uns eben allein durch die Wärme, also die Sonne, dass die einfach wirklich ganz tief in den Raum hineinkommt und dass wir uns schon ein Stück Natur so ins Haus, ins Wohnzimmer reinholt. Genau, das war uns ganz wichtig. Und natürlich die Terrasse muss gemütlich sein. Und da haben wir das alte Babybett von unserem Sohnemann. Ein Babybett ist das. Ja, genau. Und funktioniert in unserer Terrassencouch. In einer netten Couch, sehr gemütlich. Ah, herrlich. Da lässt es sich aushalten. Ja, da bleiben wir jetzt ein bisschen. So, da sind wir jetzt in unserem Büro. Mit zwei Arbeitsplätzen. Mit zwei Arbeitsplätzen. Ja, für die Silvia und für mich. Wir haben uns auch wichtig, dass wir da verschiedene Holzarten zeigen in dem Raum. Wir haben da Zirbenwand, Fichtenwand, Lärchenwand. Einfach weil da doch einige Kunden und Interessenten kommen, denen wir das zeigen wollen. Wichtig ist auch, wir arbeiten ja viel mit Plänen und Architekten zusammen, dass wir ein schnelles Internet haben. Da haben wir im Büro und auch in den Kinderzimmern, was Arbeitsplätze auch sind, Lernverbindungen. Und dann haben wir zusätzlich aber noch ein schnelles WLAN im Haus installiert. Weil das ist so das Um und Auf in unserer Arbeit. Ja, und hinter dir in dem Raum, das ist unter dem Treppenhaus und ein kleiner Raum daneben, haben wir unseren Technikraum und da ist die Wärmepumpe installiert. Der Vorteil ist, wir haben da 1,20 Meter Platzbedarf für das ganze Heizsystem. Haben uns für Tiefenbahrung entschieden, weil aufgrund der laufenden geringeren Energiekosten. Das war unser Hauptpunkt und dafür haben wir die ein bisschen höheren Investitionskosten gerne in Kauf genommen. Ich mache auch genaue Aufzeichnungen über den Wärmeverbrauch, Warmwasser, Heizung und da liegen wir spitzenmäßig. Also wenn ich jetzt meinen Energieausweis, der errechnet wurde, vergleiche, dann liegen wir ungefähr bei den halben Heizkosten bei dem Haus. Wie tief ist da bei euch gebahrt worden? Wir haben 150 Meter tief runter gebahrt und da sind aber einige Reserven dabei. Bei der Tiefenbahrung denkt man immer daran, dass man wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen muss. Aber du sagst, du hast schon gemerkt, das rentiert sich, oder? Zur Rentabilität muss ich sagen, bei uns steht im Vordergrund schon irgendwo die Nachhaltigkeit. Das heißt, wir wollten laufende Kosten sparen und haben gesagt, wir investieren lieber ein bisschen mehr und wissen, dann sind wir mit den laufenden Kosten entsprechend tief. Und das funktioniert gut. Um das Thema Nachhaltigkeit abzurunden, muss man sagen, wir haben ja angefangen bei den Fundamente bis zum Haus. Das zieht sich eigentlich durch das ganze Haus durch, über die Verwendung der verschiedenen Materialien. Da war es uns natürlich wichtig, dass wir für die Heizung den Strom, den wir benötigen, einen sauberen Strom kriegen und da wieder auf Nachhaltigkeit setzen, wie man von der Salzburger Geld zur Verfügung gestellt kriegt. Und jetzt schauen wir weiter. So, jetzt kommen wir mal ins erste Obergeschoss vom Haus. Das ist ja ein nettes Platz. Der Platz im Vorraum da, das war so die Idee von Silvia und Hanna. Die wollten so ein Lümmelfenster haben und der Architekt, der Florian, hat das eigentlich optimal umgesetzt. Und der wird da genutzt, der Platz. Das ist jetzt unser Bad. Da haben wir doch einige Flächen auch in Sicht belassen, in Holz, im Spritzwasserbereich, ums Waschbecken und natürlich im Duschenbereich haben wir verfließt. Was uns auch wichtig war und was man dann so verfreundet mitkriegt, wenn du ein neues Haus baust, du musst unbedingt schauen, dass den Drehknopf und das Einausschalten von der Dusche, dass das nicht genau unter der Dusche ist, weil sonst kriegst du den ersten kalten Strahl ab und so haben wir uns halt da ein paar Gedanken gemacht. Also bis das versetzt, das heißt man schaltet einmal das Wasser ein, dann wird es warm und dann schreitet man in den warmen Wasserstrahl. Nur ein kleines Detail. So, da sind wir jetzt in unserem Schlafzimmer. Da war uns wichtig, dass wir einen schönen Ausblick haben, weil in unserer Wohnung vorher war das Schlafzimmer Richtung Norden ausgerichtet, mit ganz kleinen Fenstern und das war eigentlich den ganzen Tag fließt. Das hat es jetzt gut gelöst. Und da wollten wir eigentlich die Sonne reinholen und einen guten schönen Ausblick haben über den Tag. Und wir genießen auch den Balkon, weil er schön geschützt ist, er ist überdacht und genießen das auch am Nachmittag oder am Abend in der Sonne am Balkon. Musik Das heißt, dass wir einen diffusionsoffenen Aufbau haben, sprich dass feuchte Ausgleich stattfinden kann in der Außenwand. Wir haben nie, wir haben warme Oberflächen immer beim Massivholz, das heißt es gibt kein Schimmelproblem. Und wir haben eine Speichermasse und diese Kombination ist ein Garant für Wohnbehaglichkeit, für gesundes Wohnen und das war uns sehr wichtig. Beim Hausbau sagt man immer, man wird eigentlich eh nie fertig, es gibt immer irgendwas zum tun. Was habt ihr denn jetzt zu den nächsten Jahren noch geplant oder ist noch irgendwas Spezielles geplant? Ja, im Großen und Ganzen sind wir fertig, Innentüren fehlen uns noch. Aber was uns schon wichtig ist, weiter in Nachhaltigkeit, wenn wir investieren zu gehen. Und das heißt, wir denken schon in Richtung Photovoltaikanlage, um da eine gewisse Unabhängigkeit zu schaffen. So, vielen, vielen lieben Dank, alles Gute weiterhin im neuen Heim und danke, dass wir vorbeischauen haben dürfen. Bitte gern! Danke, tschüss, tiert euch! Ja, richtig stylisch, modern, aber vor allem auch nachhaltig ist das neue Heim geworden von der Silvia und von Richard. Ein wunderschönes Zuhause, ja und wenn Sie Fragen haben rund um die Themen Energieeffizienz, Energiesparen, Bauen und Wohnen, Photovoltaik, schauen Sie doch einfach auf www.salzburg-ag.at. Ja, ich freue mich auf die nächste Ausgabe von Green Living im Mai und hoffe, Sie sind wieder mit dabei.